so freunde schön dass ihr da seid heute wird der pulli zu gast kommen die links zu seinen kanälen in der video beschreibung schaut vorbei abonniert den guten jetzt bist du bei uns ich grüße euch ich grüße dich kasper ja danke für die einladung dann ihr habt schon am titel erkannt wir werden heute über unseren ehrenwerten wirtschaftsminister und vizekanzler robert habe sprechen verzeihung dadurch dass das jetzt schon mehrfach durchgekaut wurde fasse ich das ganze mehr oder weniger kurz ja ihr seht dort gerade stefan willi niehoff 64 jahre alt ex bundeswehrsoldat mit dabei der rentner und daneben seine tochter alexandra stefan willi niehoff hat am 20 6 2024 ein bisschen hass auf twitter gemacht und dieser hass sah so aus kurz wirken lassen wir sehen ein porträt von dem schwachkopf robert habeck und dazu den text schwachkopf professional angelehnt an schwarz kopf professional und deren logo da fällt mir ein das ist eigentlich die gelegenheit heute hier das volk mal demokratisch abstimmen zu lassen für die ist r.h. ein schwach kopf und die frage habe gerade die die frage gestellt auf youtube ohne dass jetzt irgendwie abwerten zu meinen oder so ja ganz sachlich und nüchtern ein extrem rang hoher politiker ein bundesminister ein vizekanzler der wegen eines solchen bildes eine anzeige erstattet handelt es sich dabei ganz objektiv um einen schwachkopf ja oder nein das bild hat übrigens der herr niehoff nicht selbst erstellt oder bei twitter hochgeladen er hat es lediglich geteilt also auf seinem profil auf den beitrag eines anderen aufmerksam gemacht aber selbst das war dann halt schon zu viel für den kleinen robert und der hat dann persönlich dieser mann hat persönlich anzeige erstattet ich zitiere den staatsanwalt zu einem gegenwärtig nicht näher eingrenzbaren zeitpunkt in den tagen bzw woche vor dem 20.06.2024 veröffentlichte der beschuldigte unter der nutzung des accounts eine bilddatei die eine porträt aufnahme des bundeswirtschaftsministers robert habeck mit dem an den werbeauftritt der firma schwarzkopf angelehnten schriftzug schwachkopf professional zeigt um robert habeck generell zu diffamieren und ihm sein wirken als mitglied der bundesregierung zu erschweren zu erschweren freunde andere würden sagen zu verunmöglichen aber gut es kann nicht jeder so ein dickes fell haben wie halt jeder abgesehen von robert habeck von daher muss man da mal eine anzeige herausmitteln und gut ist die gerade erwähnte staatsanwaltschaft wertete den tweet übrigens als volksverhetzung und was dann folgte war nicht etwa post für herr nioff nee stattdessen klingelte um kurz nach sechs morgens die polizei mit einem durchsuchungsbeschluss bei ihm aber das gute ist dass der herr nioff auch in dem moment humorvoll blieb und die deutsche justiz erstmal ausgelacht hat hier ein clip davon ich war im schlafanzug barfuß habe ich die reingebeten die sind zu mir dann in die küche haben wir das ding nochmal nachgelegt diesen beschluss ich habe das dann durchgelesen ich habe das dann durchgelesen und dann habe ich erstmal richtig wirklich lachen müssen und habe zu dem polizisten sagt ja welcher dem schwachsinn kommt ihr jetzt zu mir dann kam raus dass die hausdurchsuchung bei der übrigens ein ein tablet erbeutet wurde teil von antifa tasers aktionstag gegen hass postings war also wer sich immer noch fragt was der schwammige begriff hass bedeuten soll hassrede hass im netz hass und hetze ja da habt ihr es ein bild von einem politiker in verbindung mit einer beleidigung am unteren rande dessen was man überhaupt als beleidigung auffassen könnte ja das ist der hass freunde feser schrieb dazu am dienstag diesen dienstag auf twitter bevor der fall niehoff niehoff verzeihung öffentlich wurde fast 130 polizeimaßnahmen gegen judenhass heute sind genau das harte vorgehen das wir brauchen wenn die polizei vor der tür steht wird jedem täter klar dass hasskriminalität konsequenzen hat apropos juden und hass und hasskriminalität bianca deubel damals 47 jahre alt übergewichtig und kandidatin für die linken in linden hessen die schrieb im dezember 2018 erika steinbach von der desiderius erasmus stiftung auf twitter zitat ich freue mich schon wenn ich auf ihrem grab tanzen kann und am selben tag aber etwas früher schrieb sie einem afdler ich zitiere alle afdler gehören in die gaskammer das führte weder zu einer beschlagnahmung und welcher elektrogeräte noch zu einer hausdurchsuchung lieber pfuldi was schätzt du wie dieses verfahren ausgegangen ist ich weiß gar nicht ob es überhaupt ein verfahren gab weil eine staatsanwaltschaft entscheidet ob ein verfahren eingeleitet wird oder nicht ich vermute mal dass es kein verfahren gab einfach so aus dem bauch heraus weil natürlich die großwetterlage sich für den laien im moment so darstellt ich muss ganz ganz vorsichtig sein weil ich kenne natürlich jetzt nicht alle urteile dieser welt aber mit dem was ich so wahrnehme werden sagen wir mal dann wird dein zweites zitat wahrnehmbar weniger bestraft als das erste zitat aber wie gesagt ich muss da ein bisschen vorsichtig sein weil mein ja ich kenne ja auch ein paar leute unter anderem anwälte der sagt dann auch seid da ein bisschen vorsichtig erkennt nicht die ganze geschichte erkennt nicht die die ganzen urteile aber sowas ist natürlich was wo sich der normale mensch fragt braucht es das überhaupt ist das überhaupt äh etwas warum 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 ist das felsdünn geworden eine frage die ich mir häufig stelle in der bundesrepublik deutschland ich kann mal auflösen nach ihrer äußerung gegenüber dem heidelberger afd sprecher kam es zu einer anzeige wegen volksverhetzung die staatsanwaltschaft gießen beantragt einen strafbefehl in höhe von 90 tagessätzen das gießener amtsgericht sowie deubel und die staatsanwaltschaft einigen sich allerdings im november vergangenen jahres auf eine einstellung des verfahrens ohne auflagen ihr wundert euch jetzt über die überschrift shitstorm nach gaskammer tweet über afd linken politikerin aus linden fühlt sich falsch verstanden was wurde da denn falsch verstanden möchtest du lösen also ich finde die aussage grausam ich finde die aussage tatsächlich äh als eine die ich gerne auch geächtet sähe ähm weil ja aus verschiedenen gründen es ist eine lächerlich machung der der opfer es ist äh im prinzip eine mordabsicht an politiker und sowas geht für mich gar nicht ich weiß nicht was man missverstehen kann ich werde sie mitteilen ich habe das auch erst nicht gewusst ja ich musste mich da beschäftigen um das ganze zu verstehen dass ihre aussagen als hetzerisch und als aufruf zu gewalt verstanden werden können räumt dolbel unterdessen ein davon distanziere ich mich sagt sie ich wünsche keinem afd wähler den tod also nur mal so sie hatte da offen afd lehr ein parteimitglied reagiert und dem geschrieben alle afd lehr gehören in die gaskammer und deren entschuldigung sagt sie dass ich keinem afd wähler den tod wünschen würde okay sie habe die äußerungen als bürgerin getroffen die sehr aufgewühlt war sie sei missverstanden worden betont die lindnerin der sprecher der afd heidelberg habe sich über warnungen der kirchen vor rechtspopulismus beklagt erklärt sie dass ein politiker den kirchen vorschreiben will was sie zu predigen haben hat mich an die gleichschaltung im nationalsozialismus erinnert sie habe daraufhin nur sagen wollen dass afd politiker zur historischen bildung gedenkstätten für die opfer des nationalsozialismus und damit auch einstige gaskammern in früheren verdichtungs lagern besuchen sollten das war also lediglich ein bildungsangebot verstehst du lieber fully ich habe ich jetzt nicht so verstanden ganz ehrlich ja ich auch nicht es ist eine offensichtliche ausrede aber aber bitte erzähl mal ja ich glaube nicht dass ich das urteil so gefällt hätte wenn ich richter wäre aber ich kenne auch nicht die ganze geschichte ich hätte wahrscheinlich nicht mal ein großes problem ich also ich persönlich bin ja der meinung das hier ist also das von frau deubel ist wahrscheinlich am absoluten rande dessen was ich noch zulassen würde aber im großen und ganzen würde ich sagen dass wir zu empfindlich sind viel zu empfindlich die diese habe geschichte ist absolut sicherlich ja deswegen jetzt auch was die alte ist halt durch und das teilt sie der welt mit einem solchen tweet mit ja und ich finde das eher gut also lasst die leute reden solange sie nicht zu gewalttaten aufrufen oder zu sonstigen straftaten anstiften oder oder ähnliches würde ich sagen lass sie reden sie blamieren sich doch nur selbst über die frau ist auch nichts mehr miteinander zu finden also die kandidierte damals für den stadtrat in linden für die linken und ist vom erdboden also aus dem internet vom internet erdboden verschwunden wurde also die hat quasi ihre strafe bekommen das ändert nichts daran dass diese entschuldigung der absolute frechheit ist ja die korrekte antwort wäre gewesen ja genauso habe ich gemeint ich hasse afdler das sind meine ideologischen todfeinde ich möchte sie eigentlich alle tot sehen hätte ich trotzdem so nicht schreiben sollen das wäre eine ehrliche aussage gewesen wir hatten das thema beleidigen ja auch schon bei uns im deep talk auch mit anwaltliche beratung und so weiter das erste was ich da gelernt habe ist dass natürlich gleichbehandlung im recht was ja bei uns garantiert ist nicht gleichbehandlung im unrecht bedeutet du kannst also leider so gerne man das machen würde nicht einen fall gegen den anderen abwägen die ganzen aufsummieren und dann ein abschließendes urteil über unsere justiz fällen ich finde ich sage mal so ich bin ein großer anhänger der idee vieler 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 länder beleidigungen nicht strafrechtlich gerne zivilrechtlich aber nicht strafrechtlich zu bestrafen wenn also ich jemand wirklich übelst beleidige und das ist nachweisbar dann zahle ich dem eine strafe ist ja auch okay aber hier ins strafrecht zu gehen halte ich persönlich ein bisschen für zu tief gegriffen es gibt länder die machen so ich glaube die usa zum beispiel die hauen natürlich dann mal den zivilrechtlichen geldern hin aber ich persönlich würde beleidigungen aus dem strafgesetzbuch streichen also ganz kurz nur fürs protokoll zum beispiel ein a-loch oder ein haarsohn oder sowas ist in den usa niemals okay beim haarsohn möglicherweise wobei diese beleidigung gibt es ja im englischen gar nicht also son of a bitch ist ja noch mal was anderes als haarsohn deine mutter ist eine prostituierte ja da bin ich mir jetzt nicht zu sicher weil das würde implizieren dass die mutter eine prostituierte ist da kann man sich wahrscheinlich überstreiten aber grundsätzlich kannst du beleidigungen in den usa überhaupt nicht ahnen ja ich darf nicht keinen pädophilen nennen oder einen kindereffer ohne dass ich das belegen kann ja das ist eine Nachrede das ist was anderes aber beleidigen darf ich wen ich will du darfst ja sogar polizisten beleidigen wo ich immer wieder wenn ich videos dieser art sehe denke alter wie entspannt die blend da stehen halt leute vor ihnen schmeißen denen ausdrücke an den kopf sind komplett am austicken und die polizisten stehen da und sagen gar nichts ich finde das beeindruckend ja die wochen ein dickes fell aber ich denke die werden dafür ausgebildet ja also grundsätzlich ich persönlich bin der meinung man soll die beleidigen strafrechtlich und damit auch den 188 beleidigung von politikern strafrechtlich wegnehmen es gab hier mal die zeiten da hieß es politiker brauchen sowieso aus berufs wegen ein dickeres fell ja nachvollziehbarer weise auf der anderen seite muss ich jetzt mal diesen diesen habeck fall wie ich ihn kenne ich weiß nicht kommen da noch informationen von dir ja natürlich natürlich pass auf ich stelle jetzt erst mal michael jukow vor der sitzt für die grüne im landtag baden württemberg und der hat sich der wir an einer verschwörungstheorie versucht aber ich möchte ganz gerne erst mal das sex appeal dieses mannes appreciaten guck mal wenn du den fünf minuten mit deiner frau alleine ist dann wäre dein podcast zukünftig ein soloprojekt ja hier guck mal die frise ist super das hat natürlich den deckel drüber aber so eine frisur braucht es nicht wirklich ja ist also ist einfach man sagt auch er habe die ausdauer von 100 männern wenn du verstehst was ich meine wird sie ist dies jabel der ich bin grundsätzlich kein freund davon mich über irgendwelche unveränderbaren körpereigenschaften von anderen lustig zu machen aber die frise kann man ändern du man kann auch man kann auch den körper fettanteil wahrscheinlich ändern und vor allem den gesichtsausdruck also der sieht ja bei jedem bild so aus zumal das hier was es gerade wird ist ein offizielles wahlkampf foto aber das ist gebrandet um links mit dem logo der grünen und unten steht dann im gespruch ja beim nächsten abgeschnitten weil das nicht zur sache getan hat irgendwie wir wählen die grünen oder so ähnlich ja echt jetzt echt jetzt also ein bild mit dem du werbung auf twitter machst das ist super beim vorbeigehen geschossen aber es ist auch egal jedenfalls hat er sich diese woche einer verschwörungstheorie versucht ich bin kein grafiker und das kann auch zufall sein allerdings bin ich so langsam nicht mehr geneigt bei news also in die us an zufälle zu glauben mir wurde das hier zugespielt von jemandem die der angst hat sich mit news anzulegen ich habe da kein problem maschine der mann ja er hat auch den mut von 100 männern über pulli und legt sich direkt mit news an ihr seht hier also das ist der screenshot den er da geteilt hat den durchsuchungsbeschluss bei herrn niehoff wie news ihn veröffentlicht hat und die absätze haben immer den gleichen zahlen abstand mit ausnahme des vorvorletzten da wurde nämlich mutmaßlich etwas herausgeschnitten oder hinzugefügt oder so und außerdem ist news ja sowieso unglaubwürdig aber hey you gov hat halt keine angst und macht das deshalb öffentlich blöd nur dass er den tweet am freitag abgesetzt hat obwohl das amtsgericht bamberg am donnerstag am vortag bereits bestätigt hat dass das dokument echtes okay wir müssen weitermachen bei bezug zur rahmenhandlung dem herrn niehoff wurde also sein tablet weg genommen weil er einen beitrag auf twitter teilte deswegen gab es eine ausdurchsuchung oder doch nicht zwei oder drei tage später aber am freitag war das viel der staatsanwaltschaft ein dass es gar nicht um die beleidigung ging die man als volksverhetzung gemerkt also dieses bild robert habeck schwachkopf professional das wurde als vor als volksverhetzung eingestuft und den fiel ein dass es gar nicht darum ging sondern um eine volksverhetzung die man aber ganz vergessen hatte zu erwähnen und das ist diese hier ich diese mal kurz vor wegen des tatverdachts einer gegen personen des politischen lebens gerichteten beleidigung gemäß paragraf bla 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 erfolgte am vergangenen dienstag 12 11 24 eine richterlich angeordnete durchsuchung der wohnung des beschuldigten durch polizeibeamte der kriminalpolizei schweinfurt hierbei konnte ein tablet des beschuldigten sichergestellt werden also hier noch mal die bestätigung dessen was wir wussten es gab eine richterlich angeordnete durchsuchung wegen des tatbestands der beleidigung wegen robert habeck schwachkopf professional sie schreiben es selbst und dann schreiben sie es besteht weiterhin der anfangsverdacht einer volksverhetzung gemäß paragraf 130 stgb da dem 64 jährigen darüber hinaus vorgeworfen wird im frühjahr 2024 auf der internetplattform x eine bilddatei hochgeladen zu haben auf deren ss oder s amann mit dem plakat und der aufschrift deutsche kauf nicht bei juden sowie unter anderem der text zusatz nee der zusatztext wahre demokraten hatten wir alles schon mal zu sehen ist die wohnungsdurchsuchung erfolgt im zusammenhang mit einem bundesweiten aktionstag gegen antisemitische hasskriminalität im internet also jetzt fand die wohnungsdurchsuchung plötzlich wegen oder auch wegen eines anfangsverdachts einer volksetzung statt also ich meine die reden sich hier um kopf und kragen ja auch das normal dass das zwei tage später nachgereicht wird ja ich persönlich meine das stimmt etwas nicht aber was hat denn der herr niehoff jetzt tatsächlich volksverhetzendes gemacht ja im gegensatz zu dem robert habeck schwachkopf professional was war jetzt tatsächlich volksverhetzend der screenshot stand übrigens von holger kreimer ja begrüße an die mediatheke an dieser stelle hamburger bündnis gegen rechts teilt fotos von zetteln auf denen steht finger weg dieses produkt fördert die afd die zettel wurden scheinbar in einem oder mehreren supermarkt bei müller produkten hinterlassen weil ja der herr müller mal die frechheit besessen hatte sich mit der frau weidel zu unterhalten ja du erinnerst dich ja dazu schreittern beim lobotomierten bündnis keine milch von müller milch dem no afd förderer und auch keine anderen produkte sondern klare kante gegen rechts und darauf hatte der herr niehoff dann geantwortet mit einem bild aus der ns-zeit da haben wir es und darauf ist zu sehen wie jemand ein deutsche kauft nicht bei judenplakat in den händen hält ja und dazu schreibt hier niehoff zitat wahre demokraten hatten wir alles schon mal eine absolut unmissverständliche kritik an diesem boykott aufruf ja und meiner meinung nach ein hundertprozentig zulässiger vergleich mit der ns-zeit ob der jetzt gut ist oder geschmackvoll darüber würde ich jetzt nicht streiten ja also wenn das strafbar ist dann fresse ich ein scheiß besenstiel ja kauft nicht bei müller kauft nicht bei juden sonst übrigens bei bei r journalisten ja auch beliebt ne kauft nicht bei zionisten oder so ähnlich erinnerst du dich daran daran jetzt nicht aber sagen wir mal so ich habe schon den eindruck dass auch hier natürlich gesucht wird um dann auch zu finden ja ganz sicher das ist mein laien eindruck muss ich nur sagen wie gesagt ich kann jetzt hier mir kein urteil erlauben aber ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein euch all dem chat rate ich einfach mal aus meiner aus meinem eindruck heraus lasst sowas es gibt andere möglichkeiten kritik zu üben sachkritik zu üben anstelle der des vergleiches mit beispielsweise der zeit ich rate es keinem das in irgendeiner alter weise zu tun weil ja einfach nur meinem eindruck nach möglicherweise dann auch versucht wird daraus was zu drehen ja ganz klar ganz klar kurz zu der er geschichte also die hellen fahrers heiße die hat damals beim südwestrundfunk gearbeitet und in einem instagram video also einem selbst produzierten instagram video eine app beworben die dir bei supermarktprodukten direkt mitteilt ob da irgendwie juden von profitieren wenn du das produkt kaufst krass ja ist dann übrigens rausgeflogen also zumindest offiziell ja du erinnerst dich ja die gute neben ihr hassan die ist ja auch offiziell nicht rausgeflogen aber diesen posten bei bei quarks nicht bekommen arbeitet aber soweit ich weiß nach wie vor für die öffentlich rechtlichen also keine ahnung was aus hellen fahrers geworden ist jedenfalls ist sie damals offiziell rausgeworfen worden gut jedenfalls hat herr niehoff genau diese einstellung mit seinem tweet kritisiert ja kritisiert es besteht nicht der geringste zweifel dass dieses ns foto als negativ beispiel erhalten soll ja entsprechend ist es ausgeschlossen dass diese scheiße letztendlich eine hausdurchsuchung rechtfertigt das kann man auch mit einem brief regeln äußern sie sich mal dazu haben sie das getan oder nicht also sinn und zweck einer hausdurchsuchung so im fall ist ja zu hunderttausend prozent sicher zu stellen dass derjenige diesen tweet wirklich abgesetzt hat damit er nicht sagen kann ich war das gar nicht er hat etwa ein mausrutscher oder sowas aber komm ich bitte dich alter ja aber auch das normal wir geben den hier schon eine ganze menge wir gehen diesen leuten kommen ihnen entgegen das war ja nicht der grund für die hausdurchsuchung hat der grund war robert habeck so und damit hat dann das amtsgericht übrigens auch sein pulver verschossen mehr haben sie nicht habe der schwachkopf und kauft nicht bei diesem oder jenen hatten wir schon mal und fertig ist der hassverbrecher den man seine elektronischen geräte abnehmen muss auch da die bestrafung für sein verhalten die ist da bereits verfolgt ein gericht kann jetzt feststellen das war unglaublich was da gelaufen ist völlig daneben da ist der rechtsstaat aus dem ruder gelaufen die geräte sind jetzt erst mal weg wobei dank des medialen aufschreis kann ich mir vorstellen dass er die morgen noch zurückbekommt aber unter normalen umständen wenn das keinen medialen aufschrei nach sich zieht dann ist das so deine elektronische sind weg und du hast irgendwie nach drei oder vier fünf jahren die möglichkeit zu sagen liebe polizeibehörde oder wer auch immer das beschlagnahmt hat ich glaube das verbleibt der polizei könnt ihr mir bitte mein pc wieder aushändigen und dann sagen die halt oder besser noch handy ja was bis dahin wertlos ist ja können sie sich über nächste woche abholen also die bestrafung wäre unter normalen umständen bereits erfolgt er hat das glück dass das jetzt medial wellen schlägt gestern hat dann der durchaus bekannte anwalt markus heinz auf tuta verkündet dass man herr nioh vertreten werde ich hatte noch überlegt ob man spenden sammeln muss um herr nioh zu helfen aber das scheint sich zum glück erledigt zu haben ich freue mich mitzuteilen dass wir herr nioh in der schwachkopf affäre um vizekanzler rubert habeck die zu einer hausdurchsuchung wegen einer vermeintlichen beleidigung geführt hat anwaltig vertreten gut das heißt unsere spenden sind davor ist nicht von nöten das ich freue es auch dass der heinz dran geht weil er ist gut ja das sehe ich genauso ja ich habe aber eine andere idee erst mal zum twitter account von herr nioh eine sache die bisher keiner ausgesprochen hat ich weiß nicht ob die alle tunnelblick hatten oder warum das übersehen haben ist jetzt nicht auch egal herr nioh ist einer von uns wo die wusstest du das das ist der bratern der woche ja also hier siehst du jetzt sein twitter profil ich bin ja reinet mit dabei als volksverhetzer unterwegs hat er dazu geschrieben und dazu der stolz flaggen profil rahmen das ist unser mann dicker selbst wenn er es möglicherweise gar nicht weiß ich weiß nicht wo er diesen rahmen her hat aber den hast du nur wenn du also mindestens in der twitter szene irgendwie aktiv bist also was er offensichtlich war übrigens die follower dürft ihr nicht über bewerten die sind sprunghaft angestiegen seit der fall publik wurde also der hatte vor einem halben jahr oder von einem vor vier monaten als er diesen tweet abgesetzt haben soll hat der nicht 5400 follower die hat er jetzt die die letzten tage bekommen okay also das ist unser bro folgt dem mann link in der video beschreibung ja folgen 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 vor die wolltest was sagen ja ich wollte sagen wir haben jetzt hier natürlich wieder ein schönes beispiel für den stress und effekt was würde ich mal sagen den betroffenen menschen dann auch zu vor oder nachteilen gereicht diese so mit denen sie so nicht gerechnet haben es ist ja immer die die frage normalerweise wenn ich jetzt her gehe und tatsächlich jemand anzeige gerade als politiker da ist ja immer die gefahr dass du tatsächlich jemand erwischt der dann wie an dieser stelle auch eine ziemlich große anhängerschaft hat oder der es irgendwie schafft sympathien auf seine weise auf seine seite zu ziehen und dann hast du einen strizen effekt im sinne der anzeige für den backlash erwartet hat oder nicht weiß ich nicht aber hast du da noch die statistik der am meisten anzeigenden politiker ne von statisten aber ich meine da war robert habeck führend oder auf dem zweiten platz führend ich glaube die ersten fünf plätze waren vier grüne und ein linker oder so keine ahnung ne fdp ich glaube stark zimmermann die war noch in den top 5 also marie agnes stark zimmermann das wurde auch kolportiert dass sie sehr anzeigen rausgehauen hat ich sag mal so ja also es wissen jetzt deutlich mehr leute von der vermeintlichen beleidigung als wenn es nicht angezeigt hätte der zumal also was jetzt daran witzig ist ein ein lustiger witz der geschichte wie sich möglicherweise irgendwann mal herausstellen wird ist folgender da begeht jemand eine beleidigung am unteren rande dessen was man eine beleidigung nennen könnte robert habeck unser vizekanzler macht darauf eine anzeige und dann wird daraus am ende ein politischer mord weil das ding fällt ihm auf die füße das kommt nicht gut die presse die hat sich ja überschlagen also nicht der spiegel dem was scheißegal wer ist dann gefahren wer hat herr niehoff interviewt fully news richtig also du brauchst halt offensichtlich die neuen medien aber im internet ist das ding angekommen bei twitter ist das ding angekommen schwachkopf robert oder so ähnlich war ich meine mehrmals auf platz eins in den trends dass das ding könnte am mythos robert habeck sägen also ein über empfindlicher waschlappen der leute anzeigt weil sie ihn schwachkopf nennen hat dass das könnte hängen bleiben und vielleicht am ende in geringem maße aber sogar politisch verzeihung was bewegen ja von daher ich finde das schön dass sich das so entwickelt hat gut hat es ihm nicht getan mit absoluter sicherheit nicht wie hast du mal gesagt sogar ein reich anders wird in seinem freundeskreis der dreisatz genannt ja davon davon gehe ich aus das kann gut sein gut zurück zu twitter und so ich würde mich vorschlagen dass wir versuchen den herr niehoff auf twitter zu rechnen kann man leider keine pm schicken ich habe nämlich eine bitte an ihn und das ist folgende ich möchte ihn gebitten eine anzeige zu erstatten der tweet ist mittlerweile gelöscht aber die beleidigung hat ja trotzdem stattgefunden und wurde von hunderten wenn ich tausenden personen gesehen lohn 4zer oder so ähnlich schrieb gestern zu einem bild von herr niehoff er sieht genau so aus wie man ihn sich vorstellt daraufhin schrieb robbie robson die man ausgerechnet mit einem behinderten kind afd unterstützer sein kann wird nur auf ewig sein geheimnis bleiben und darauf schrieb maria sakharova bildung und antifaschisten unterstützer der trottel hat natürlich noch nie etwas von euthanasie gehört und missbraucht sein kind für mediale aufmerksamkeit widerlicher drecksack also wenn robert habeck wahrheitsgemäß einen schwachkopf zu nennen zu einer hausdurchsuchung führt dann sollte der beitrag von maria sakharova zu einem antiterroreinsatz führen oder sowas also da ist ja mindestens eine mitnahme sämtlicher elektrogeräte ja angezeigt und das schöne ist dass wir in dem fall gar nicht verlieren können ja entweder kriegt da jemand von der justiz ein paar auf die fresse er es verdient hat oder es passiert gar nichts und damit wird einmal mehr deutlich dass hier mit zweierlei maß gemessen wird hat denn entscheidend ist kommt diese tent potenzielle beleidigung über die wir reden ja kommt die von rechts oder eben nicht rechts und alles andere das sind die beiden möglichkeiten die ich jetzt einfach mal zu hypothese aufstelle die maßgeblichen einfluss darauf haben ob etwas strafrechtlich verfolgt wird oder nicht also zumindest so sache wie das scheißwort schwachkopf auf twitter ja also meine bitte herr niehoff erstatten sie anzeige ich werde gleich versuchen tweet abzusetzen mit genau diesen screenshot ja bitte teilt das gerne macht vor allem herren nie auf darauf aufmerksam und dann gucken wir mal ob daraus was wird so eine letzte und eine vorletzte sache habe ich noch für euch die janina von news sucht aktuell nach personen die bereits wegen der beleidigung von politikern verfolgt wurden ich habe in den kommentaren schon ein paar mal von zuschauen gelesen die wegen lapalien wohlgemerkt zur kasse gebeten wurden zum beispiel von frau strack zimmermann wenn du bereits opfer eines regimen politikers wurde es dann schildere das bitte der janina lionello auch der link befindet sich in der video beschreibung so und jetzt zum krönenden abschluss ein weiteres hochaktuelles beispiel unserer komplett aus dem ruder laufenden justiz und strafverfolgung artikel von heute falsch zitat razzia wegen meme über habeck und co bei alleinerziehender mutter nicht mal ein schimpfwort nur weil eine frau ein meme mit zitaten von habeck und co teilte die teils sehr ähnlich aber nicht exakt so gefallen waren durchsuchte die polizei ihre wohnung und beschlagnahmte unter anderem den laptop ihres sohnes apollo news liegen die dokumente vor und ja das ist genau das was vorgefallen ist vorgeworfen wurde ihr üble nachrede und verleumdung von personen des britischen lebens weil sie zitaten nicht hundertprozentig akkurat wiedergegeben hat ein beispiel im september 2022 sagte habeck bei maisberger ich kann mir vorstellen dass bestimmte branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren dann sind die nicht insolvent automatisch aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen und die frau machte daraus ein laden der aufhört zu verkaufen ist doch nicht insolvent er verdient nur kein geld mehr für dieses zitat folie ist sie wie bestraft worden hast du gerade gesagt oder hausdurchsuchung und elektronikernte die ist verurteilt worden die frau also sie sind nicht zum agil bis zu kommen oh sie haben die nicht hundertprozentig korrekt wenn gleich vom inhalt her korrekt zitiert und wir bestrafen sie hiermit die hausdurchsuchung selber ist ja eigentlich keine strafe also letztendlich ist das eine strafe aber das ist ja so nicht gewollt von der justiz oder sollte so nicht gewollt sein von der justiz die frau wurde tatsächlich bestraft ich finde sowas extrem schade aber du willst vielleicht noch was sagen dazu ja ich will von dir hören wie die bestraft wurde also wie sie bestraft wurde ich würde mal sagen 90 tagessätze so der klassiker okay die tagessätze habe ich leider nicht die stehen im artikel nicht drin die hat eine geldstrafe von 1200 euro gelatzt für dieses bild hier mit noch mal der vorwurf lautet also der vorflutet verleumt aber inhaltlich ist der vorwurf folgender die zitate sind so nicht akkurat also wenn ihr sowas selber erlebt habt oder jemand kennt dann meldet euch bitte bei apollo news oder eben bei janina von news bitte ja ich wollte nicht permanent unterbrechen aber ich will natürlich dann auch mal ein bisschen fazit ziehen die die mir zuhören kennen mich ja als mann des ausgleichs und ich bin da relativ entsetzt darüber wie viel von diesen urteilen hausdurchsuchung und so weiter derzeit doch die medien getrieben wird ob das in irgendeiner art und weise die wahren zahlen widerspiegeln weiß ich nicht aber ich nehme es wahr dass die beispiele wie du sie gegeben hast habe ich auch wahrgenommen mit urteil kein urteil und so weiter du kennst meine pendeltheorie noch nicht es ist ja jedes system sucht immer nach dazu in die mitte zurück zu rutschen sucht immer ja den weg in eine stabile lage und im moment wird das pendel beispielsweise durch solche vorfälle so dermaßen stark in eine richtung gedrückt und damit das system so stark gestört dass es irgendwann mal einen großen knall gibt und das pendel schlägt in die andere richtung und das wollen wir alle nicht erleben also ich persönlich glaube sie sind das ist meine persönliche meinung jetzt ich glaube sie überdrehen gerade ein bisschen ja und das tut dem ganzen system nicht gut deswegen halte ich es für sehr gefährlich was da passiert ja du ich ich sag ich begrüße es mit offenen armen und ich wünsche mir mehr davon wir haben ja damals zu anfangszeiten auf youtube also verteilt vor sieben jahren oder was haben oder vielleicht war das ein jahr nachdem wir angefangen haben also vor sechs jahren haben ja sowohl schlomo als auch ich schon festgestellt dass wir also man muss dazu sagen wir alle haben uns zuvor nie in irgendeiner form mit dem politischen amerika beschäftigt also war schon klar man hat natürlich zwangsläufig bekommen wer ist da gerade präsident oder sowas aber das waren ja alles sachen also ich wollte videospiele zocken da hat er andere sachen zu tun und wir haben festgestellt dass wir den amerikanern alles nachmachen mit einer verzögerung von und da kann man sich ja wahrscheinlich streiten sind es fünf jahre fünf bis zehn jahre je nachdem ja sowas in der art und da meine ich dass die linken kräfte es derartig übertrieben haben dass trump nur dadurch ein erdrutschsieg gelingen konnte stell dir mal vor die 2020 gewählt worden dann wäre der mythos hat alles was wir erlebt haben das hätte nicht stattgefunden oder würde keine rolle spielen oder 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 und nur dadurch dass diese leute noch mal vier jahre zeit hatten geisteskranke politik zu machen hatten die leute dermaßen die schnauze voll dass trump letztendlich alles abgeräumt hat ich weiß ob du jetzt so nicht gesehen hast natürlich weißt du noch wann das letzte mal ein us-präsident dermaßen alles abgeräumt hat wie trump das jetzt getan hat bei der wahl dermaßen alles ist es ein bisschen übertrieben weil reagan war natürlich noch deutlich größer aber ich glaube es war reagan ja aber was ist das 36 gewesen ronald reagan nee okay alles klar sorry ich nehme alles zurück die antwort ist falsch wusewelt nee war mal der war 36 gott jetzt blamierst du mich ja auf theodor rusewelt der war 36 us-präsident dann war erst also es war 36 was ich noch weiß war es war 36 dass der us-präsident der electoral college gewonnen hat die popular vote gewonnen hat den supreme court besetzt hat das haus gewonnen hat das repräsentenhaus und den senat das gab es zuletzt 36 also das war schon brutal was wir da gesehen haben und das wird hoffentlich früchte tragen gucken wir wie es weiter geht aber das wäre nicht möglich gewesen ohne dass die linken derartig überdreht hätten ja und ich nehme an auch dieser feierze normal dieser politische mord den wir da beobachten konnten ist vielleicht ein weiteres kleines puzzleteil dazu dass die leute sich fragen kann das eigentlich deren ernst sein dass das ist das ist der hasse und die hetze von dem die reden gut abschließend okay ich muss ganz kurz mich immer sorry theodor war tätiger franklin die rusewelt was franklin die lange rusewelt ich habe blödsinn gesagt alles gut die ist verziehen und jetzt noch kurz ein statement von robert habeck was er vor jetzt mittlerweile ungefähr zwei stunden abgegeben hat also die kaos ist mittlerweile so relevant dass selbst die öffentlich rechtlichen den mann darauf ansprechen ich habe mich am anfang der legislatur als es so hart zuging entschieden beleidigungen bedrohungen zur anzeige zu bringen das sind sehr viele das wird über agenturen gefiltert und in diesem fall kam es von der bayerischen polizei natürlich ist jetzt schwachkopf nicht die schlimmste beleidigung die jemals ausgesprochen wurde was aber dann passiert ist dass nämlich die staatsanwaltschaft daraus dann den laptop oder das endgerät beschlagnahmt hat also ins haus reingegangen ist hat mit der mit meiner anzeige nur als auslösendes glaube ich zu tun denn in der erklärung der polizei war ja von rassistischen hintergründen die rede oder antisemitischen hintergründen die rede deswegen denke ich dass das zwar die gleiche person ist aber diese anzeige nur auslöser war eine agentur der der beauftragte offensichtlich schon vor monaten eine agentur damit das internet nach beleidigung also sprich er bekommt von diesen beleidigungen was natürlich klar war es war klar dass robert habe ich zu hause saß und durchs internet gescrollt ist oh dann habe ich mein schwachkopf aber was soll denn das wenn ich wenn ich von der beleidigung noch nicht mal etwas weiß wie komme ich dann auf die ideen anzeige zu erstatten wenn ich leute beauftragen muss beleidigungen zu finden und das auch noch zu gebe also ich meine er hat sich damit kein gefallen gehabt mit dem mit dem interview was soll das du weißt ja wer diese agentur ist ist mittlerweile auch draußen ich habe den namen vergessen aber das ist die jeweilige vorsitzende der fdp jugend ach so doch doch dann so so irgendwas ja nicht so water war so ähnlich ja so dann glaube ich ja genau genau und vielleicht noch ein fun fact zum schluss schmerzensgeld aus beleidigungsprozessen musst du nicht versteuern ja nett nett wobei ich glaube dass die masche ist normalerweise die und so macht das glaube ich die frau stark zimmermann du stellst eben keine anzeige du schickst einen brief und sagst bitte unterlassen sie das und zahlen sie 600 euro unterschreiben sie diese unterlassung und dann ist gut dann sehen wir von einer anzeige ab anzeige ab ich glaube so läuft das eigentlich ich habe ich glaube mich daran zu erinnern dass ich mal gelesen habe aber wie gesagt kann auch totaler blödsinn sein was ich jetzt rede dass sich die anderen dann teilen das sicherlich naja also dazu wiederum hat habe ich zu protokoll geben dass er das geld wohl spenden würde was er diese art und weise verdient jetzt rate mal an wen er das spendet wenn eine fdp-nahe agentur damit beauftragt das sind dann nach beleidigungen gegen seine person zu durchsuchen irgendwas mit hate watch naja also irgendeine dieser agenturen also wenn es dann so dann ist dann geht die kohle natürlich direkt an so dann bitte nicht verklagen ich mutmaße hier aber genauso wird sein genauso wird sein es ist es ist der parteienstaat der sich das land zur beute gemacht hat und die leute hier ausnimmt wo er nur kann um sich dann selbst mit den entsprechenden geldern zu versorgen ja es gilt mich an lieber folie du musst einfach auch als politiker sehen welches signal du damit siehst welches signal du damit setzt ihr seid mir egal euch muss es egal sein was ich mache und wenn euch das nicht egal ist dann suche ich so lange per kai bis ich was finde was ich dann auch justiziabel machen kann so kommt es an beim wähler ich sage jetzt nicht dass das signal so gewollt hat aber so kommt es an beim wähler ja hoffentlich hoffentlich kommt es genauso an ja hoffentlich motiviert dass die leute für die partei zu stimmen die den grünen der größte dorn auge sind alles klar lieber folie ich danke dir vielmals liebe zuschauer ich danke euch vielmals du kannst jetzt gerne noch erzählen was auch immer du möchtest ja danke für die einladung und sehr gerne ich würde sagen werdet aktiv und bei allem anderen bleibt authentisch ich schließe mich gern vielen vielen dank alles dann einen schönen abend und wir hören uns spätestens am sonntag wieder